Genug vom Mainstream, die Firma Felsmann & Partner Möbel Design und Innenausbau bietet die Lösung. 1996 in Wien gegründet, verfolgt Andi Felsmann, selbst Designer und Meistertischler, vor allem eine Vision, Funktion und Design in all seinen Einrichtungsobjekten zu verbinden. Das Naturprodukt Holz wird bei Felsmann & Partner Möbel Design auch gerne mit anderen Materialien wie Stein, Leder oder Glas verarbeitet. So entstehen einzigartige Möbelstücke und hochwertige Unikate. Wenn Sie darüber hinaus Zeit und Wege sparen möchten, übernimmt der meiste Betrieb auch gerne die gesamte Koordination mit anderen Handwerkern. Die detailgenaue Planung und die damit einhergehende professionelle Visualisierung garantieren zufriedene Kunden. Referenzfotos sowie weitere Infos zu diesem Vorzeigebetrieb, der übrigens Gewinner eines weltweit ausgeschriebenen Designwettbewerbs ist, finden Sie unter www.felsmann.com und die damit einhergehende Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Körner-Kör